Ich will ja nicht blöd ausschauen. Das tut mir leid für dich. Dann kriegen wir einen Hass auf die Welt einfach mal meine Beine ab. Dann werden wir die Frankfurter mal ordentlich zerstören. Grüße, ich schweiß bei euch. Tschüss, Servus. Fertig mit Training. Der Himmel weint. Ich weine auch vor lauter Schmerzen. Heute die 200 Kilo auf der Beinpresse gedrückt. Jetzt kann ich nicht mal mehr gescheit gehen, aber muss sein. 16.50 Uhr. Ich habe noch nicht mal was gegessen, bin aber jetzt endlich fertig mit den Videos. Das Video am Hauptkanal habe ich jetzt auch noch gemacht. Da kommt ja wöchentlich nur mehr ein Video und zumindest eines muss kommen. Deswegen habe ich auch das jetzt noch schnell herausgehastelt. Ich habe nichts anderes gemacht, außer Videos geschnitten, Videos gedreht und trainieren war ich. Endlich was essen. Essen. Gentlemen-like wie der Herr des Hauses ausnahmsweise mal auch sein kann, bin ich jetzt dabei. Feine Leckerheiten aus der proteinreichen Küche zu zaubern. Zurecht denken sich als einiger, ja Gemüse und Kohlenhydrate haben besonders viele Proteine. Nein, natürlich nicht. Aber für diesen Zwecke haben wir dann auch einen ganzen hinnigen Mistkröller. Sicher. Für die Deutschen ein sogenanntes Hühnchen. Das wird jetzt zusätzlich von mir noch ordentlich zerstückelt, damit nur mehr keine mundgerechte Häppchen überbleiben, die man ohne viel Kauen einfach runterschlingen kann. Oh, oh, oh. Ja, damit verabschiede ich mich auch für die Monetarisierung. Nummer drei. Zuerst die Kälte. Gering. E-kündig. Sometimes. I'll show a manager. Sometimes. Weih, das feut. Das war nicht immer unbedingt das frischeste Fleischlern. E-gal. E-gal. So. Und Mistkröller Nummer vier. Kommt zurück in den Kühlschrank. Die werden wir morgen vernoschen. Aber jetzt haben wir natürlich so lange herumgeschissen schon wieder mit dem YouTube-Kanal, dass der Reisübergang verdammt normal. Uuh, uuh. Nobody knows him. Ne, ne. Da ist ja noch relativ viel Wasser drin. Nehmen wir ein bisschen Öl. Messer wieder sauber. Alles kommt in dieses gute Wokin hin. So, schauen wir mal, ob das Ganze schon heiß ist. Wenn es tsch macht, ist es heiß. Ja, macht nicht tsch. Warte mal kurz. Ja, wie man es jetzt schon hören kann, macht es schon tsch. Das heißt, wir haben mehr Hühnerfleisch hinein. Eine mit dir. Deckel zu, damit das Ganze schneller geht. Möchtest du kurz warten? Na, sehr gut. Gemüse dazu. Ja, und den leckeren Reis. Der brennt schon unten am Boden an. Wenn wir das ordentlich verrührt haben, kommt eine leckere Teriyaki-Soße dazu. Da kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Oder alles, einfach alles. Ja, nicht mehr alles. Obendrauf für die Schärfe noch eine ordentliche einen Patzen Chili-Soße. Oder alles, nicht mehr alles. Gescheit verrühren. Dann stellen wir fest, dass wir zu wenig Soße haben. Geben ein bisschen Wasser dazu. Schütteln ordentlich und nutzen noch mal die Resten. Super, jetzt schmeckt es noch langweiliger. Und wenn wir jetzt so viel Wasser drin haben, dass es wirklich komisch schmeckt, versucht man einfach noch, die Resten der basierten Tomate dazu zu mischen und hoffen, dass sich das nicht mit der Teriyaki-Soße beißt. Fusionsküche nennt man das, Freunde. Italienisch versus Asiatisch. Na gut, dann kosten wir unser Machwerk einmal. Ja, wie gedacht. Schmeckt scheiße. Ärgerlich. Fertig. Grausig war's. Aber Hallihallo, wer kommt denn da und bringt meine Jacke mit? Sehr gut. Habe ich extra den ganzen weiten Weg hergeschleppt. Sehr brav. Hättest du's auch anziehen können, dann hättest du nicht schleppen müssen. Ja, und mit der? Ja, und? Ich will ja nicht blöd ausschauen. Das tut mir leid für dich. Das tut mir leid für dich, aber das ist ein hoffnungsloser Fall. Hast du Hunger? Schöne Begrüßung. Hast du Hunger? Ich habe gekocht. Was gibt's? Hühnerfleisch mit Reis und chinesisch mit italienisch fusioniert. Fusionsküche. Das hört sich hier lecker an. Na, siehaut. Das löst dich schon wieder auf mit deiner Hautkrankheit. Ich habe keine Hautkrankheit. Also, was soll das? Wir können da nicht her. Die stehen da immer. Hör auf, du kannst nicht kommen und schau... Du musst wenigstens da runter. Schirchen, die Lepten. Ja, mir ist heiß. Ja, dann zieh dich aus. Willkommen zu Hause. Hast du keinen Hunger? Ich schau es mir mal an. Aber scharf, oder? Nein. Kost. Da sehe ich schon die Chilis drin. Es sind keine Chilis drin. Kost, ich habe keinen Chilis reingegeben. Und? Äh, flach, oder? Nein, es ist nicht scharf. Nur heiß noch. Lecker. Ja, na bitte. Schmeckt es dir? Freut mich. Gut gemacht. Danke. Na, servus. So, Schweinchenbebe. Hast du ein bisschen das Telefongespräch mitverfolgt? Ja, mich hat der Typ angerufen, der das Loch zu machen will. Da hinten. Das Ding ist folgendes. Sie können nicht einfach nur das Loch zu machen, sondern sie müssen das komplette Vorzimmer aufstemmen und einen neuen Parkettboden verlegen. Und warum? Ja, das können wir uns jetzt aussuchen. Jetzt pass auf. Sie fangen an um 7.30 Uhr Vormittag. Da bin ich sicher in Neustadt. Arbeiten dann bis 12.00 Uhr. Da können wir uns noch frei bewegen. Ja, dann müssen wir halt Schuhe anziehen und so ein Schaß. Dann ist von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Das ist eine Leerzeit. Das heißt, da dürfen wir nicht in die Wohnung, weil da lackiert wird. Entweder wir sind zwei Stunden in irgendeinem Zimmer vergräut oder wir verstecken uns draußen. Ich weiß, dass man nicht oft so komisch ist. Also der erste Tag ist überhaupt kein Problem. 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr ist halt saulaut und ist halt nicht lauernd, aber wurscht. Von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr ist ein bisschen Kacke, weil wir halt nicht in Gang können. Das heißt, wir können weder in die Küche noch in das... Du kannst auch nicht aus dem Schlafzimmer raus, nicht ins Wohnzimmer, nirgends hin. Du kannst in kein einziges Zimmer, weil Vorzimmer der Sinn eines Vorzimmers ist, dass alle Zimmer miteinander verbindet. Ja, 12.00 Uhr kann keiner sich bewegen, aber das Schlimme ist, und jetzt kommt es, am nächsten Tag kommen... Das sind insgesamt zwei Arbeitstage. Zwei Arbeitstage, ja. Am nächsten Tag kommen die noch einmal, okay? Wieder um 7.30 Uhr. Da können wir uns wieder bewegen bis um 10.00 Uhr. Aber von 10.00 Uhr wird noch einmal lackiert und da können wir nicht... Ja, gut, aber vier Stunden. Sechs! Sechs Stunden! Nicht vier! Sechs Stunden! Minimum! Sechs Stunden, habe ich gesagt. Wir müssen dann sechs Stunden entweder... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schau, ich nehme mal eine Plastikflasche, wenn ich daheim sein muss. Weiß. Ich werde trainieren gehen und so. Ja, ich bin in Neustadt. Du willst von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr nach Neustadt? Die zwei Tage bin ich noch mal in Neustadt. Nein. Ja, wir können uns aussuchen Mittwoch auf Donnerstag oder Donnerstag... Diese Woche? Ja, diese Woche. Ich schau mal meine Termine an. Du kannst uns dabei überlegen, was für dich besser passt. Wenn meine Termine deine schlagen, dann machen wir es dann, wenn ich sage... Nur weil du zu dumm bist, die Waschmaschine zu bedienen. Du warst das. Das war nicht. Ich habe der Versicherung gesagt, dass das du warst. Ich war das nicht. Du willst nur deine Schule auf mich aufhälzen. Ich habe mich abgeschickt, jetzt habe ich es nicht. Das war es nicht. Hör auf, wenn das wäre. Sack, das ist Versicherungsbetrug. Hör auf, Mann. Ich finde es nicht gut. Au! Bist du verrückt? So. Was ist denn ein Echkelfüßchen? Jetzt. Aua. 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 So. Ich ärgere mich nicht immer. Ich schneide jetzt noch mal ein Video fertig und dann gehen wir trainieren. Ich gehe nicht. Doch. Wir gehen trainieren. Trainiert wird. Lara will nicht mit mir trainieren gehen, weil sie sich nicht traut, noch mal ein Probetraining zu schmuggeln. Jetzt hat sie gesagt, sie trainiert jetzt einfach in ihrem Zimmer. Ist das dein Ernst? Das ist dein Training. Da liegt die Trainingsmatte am Boden und du liegst im Bett auf meiner Seite. Ich bin schon fertig. Und dann liegst du verschwitzt, grindig auf... Bist du mit der offenen Flasche schon... Hab sie in der Hand. Trotzdem, du liegst grindig verschwitzt auf meiner Seite. Du bist der ekelhafteste Grindige. Ja, was soll das Grausige? So. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Axel, wir stehen in meiner Blogs, nur mehr aus Rennig, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und Pre-Workout-Booster-Einheit. Das ist ja, oh, da ist dieses Mal fast kein Platz, weil so viel... Ich habe den Geschirrspieler ausgegangen. Ich bin ein richtiger Hausmann. Was ist jetzt mit dem Fokus? Boah, macht mich fertig, dieses Gerät. Ja, jetzt heißt's, ab ins Training. Heute ist noch einiges zu erledigen. Unter anderem muss ich mit meinem Bankberater telefonieren und schauen, wie ich einzelne Zahlungen von dem, was ich jetzt an Eingängen gehabt habe, habe in irgendeinem Video darüber gesprochen, dass dieses Monat wieder relativ stark war und es ziemlich viel übergeblieben, was nicht benötigt wird. Logischerweise. Es kommt halt öfter vor, dass hier ein Geld überbleibt, das nicht benötigt wird. Ich bin aber nicht so, dass ich sage, ja, passt, jetzt kaufe ich mir neue Rolex, sondern, ja, das Geld wird angelegt. Logischerweise. Deswegen hatte ich ja auch vor kurzem, was wollte ich jetzt eigentlich? Ah ja. Einen Skype-Call mit dem Aloy. Hier gibt es eine neue Company, bei der seit drei Monaten am hustlen ist. Die verspricht, eins, zwei, drei, vier, fünf, ne, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf bis 13 Prozent Rendite pro Monat auf die Investition, die man tätigt. Jetzt werde ich heute noch einen Call führen und wahrscheinlich die Summe da rein investieren. Dann bin ich nämlich gut aufgestellt. Also das meiste Geld, das ich habe, ist investiert. Oha. Zwoa. Drei. Oha, neuen Booster, wenn man kaufen muss. Im Leben versuche ich halbwegs sparsam mit meinem Geld umzugehen, das ich verdiene. Gerade im letzten halben Jahr sind besonders wenig Shopping-Blogs unter Holz gekommen auf meinem Hauptkanal. Das liegt daran, dass ich mit diesem frivolen Lebensstil, den ich letztes Jahr geführt habe, meine Chancen darauf, in den nächsten paar Jahren Millionär zu werden. Etwas zunichte mache. So, heute Schultertraining. Heute wird's nice, freu'n schon. Und was machst du jetzt? Oh, ich kacke ins Gesicht schmieren. Was ist dein Plan für heute? Sehr fesch. Ui, der Autofokus bin das schon wieder. Wir dürfen jetzt schon wieder nicht lachen. Doch, jetzt ist es ja noch nicht trocken. Aha. Und dafür, dass du dir jetzt eigentlich ein MacBook kaufen wolltest und mich ausschließt in diesem Plan, hast du aber noch genug Zeit zum Prübeln. Du wirst dich ja jetzt eh nicht aus, deswegen warte ich ja die ganze Zeit. Du wirst nicht auf mich warten. Doch, nein, doch, nein, doch, nein. Was, nein? Ja, ich geh jetzt trainieren, ich will mich nicht stressen. Ich warte jetzt auf dich extra. Du musst nicht auf mich warten. Nein, doch, nein. Dann gehst du trainieren eine Stunde und dann bist du wieder da. Du brauchst sicher eineinhalb. Warum? Weil ich Schultertraining habe, das dauert halt so lange. Ich will mich jetzt sicher nicht stressen lassen. Ich habe folgen. Du sagst immer jetzt die Tür zu kauen, dann hast du ja gebildet. Dann hast du es seit 14 Uhr. Jetzt ist es 13.14. Ja, eben. Geh bitte alleine. Ja, ich hab, du hast gesagt, du kennst mich. Nein, ich hab... Ich hab zum Mac Store einen ersten Bezirk. Ja, dann mach das. Weil, so, dann geh ich nicht zu dem Komischen, wie das heißt. Ja, dann mach das. Das ist irgendein Komischer. Ich mag. Ja, dort kauft unsere gesamte Familie Macbooks. Die Oma, die Mama. Ja, du gehst jetzt nicht mit. Weil ich mich jetzt nicht stressen will beim Trainieren. Doch, wo du bei mir drüben gestanden bist, hab ich gesagt, ja, dann geh da allein. Ich lass mich jetzt sicher nicht stressen, ja, sag einmal. Das Training ist wichtig. Da ich das Problem habe, dass meine Alexa in letzter Zeit richtig derisch ist, habe ich jetzt ernsthaft einmal Alexa schwerhörig eingegeben auf Kugel. Bin da auf ein Forum gestoßen. Er beschwert sich zum Beispiel, kann ich voll bestätigen. Ich nutze mein Echo dort zum Hörbuch hören im Schlafzimmer. Manchmal muss ich die blöde Kuh richtig anschreien, wenn ich es etwas leiserer, lauter haben will. Also, ich dürfte nicht der Einzige sein, Alexa. Derisch sind wir. Ja, besser derisch, als wie es funktioniert gar nicht mehr. Alexa, 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 Alexa. Meldet sich nicht. Liebe Leute, das war's von diesem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, da abonniert diesen Kanal und seid dabei beim morgigen Vlog. Das, was mir... Daran! Erger mich nicht immer.